Und ich begrüße euch, guten Tag, ja, da war es geht, hier ist der Tobi, wir sind zurück bei Pro Evolution Soccer 2016 in der Karriere mit dem SV Werder Bremen. Was in der Zwischenzeit passiert, ähm, offscreen quasi, ist Fynn Bartels also tatsächlich gewechselt, 5,3 Millionen die Ablösesumme. Und, ähm, ja, also ihr seht, der hat jetzt den Verein verlassen, Wiedwald wird dies nicht tun. So, und wir gehen also heute rein in die Partie gegen Dortmund, das ist das Duell des siebten gegen den dritten. In den ersten beiden Partien sah Werder ja wirklich nicht schlecht aus und, ja, umso wichtiger wird es dann natürlich eben heute auch einen guten Eindruck zu machen. Und wir wollen natürlich auch hoffen, dass unsere Offensivreihe, dieses Dreiergespann von, mit Berkes Origi und Miralasch, dass das heute wieder funktioniert. Das war ja eigentlich in den Partien vorher immer ganz gut. Und da werden wir mal sehen, wie das heute gegen die Dortmunder klappt, hier im Siegner Iduna Park, nicht in der Metropol Arena. Und dann gucken wir mal, also, Spieler betreten das Feld. Doch der Journalistenantrag für diese Partie ist gar nicht mal so gering. Also, zum Ende der letzten Saison war das wirklich ein absolutes Hammerspiel. Schön, dass wir das jetzt relativ früh in dieser Saison bekommen. Also Werder Bremen gegen Dortmund. Die Dortmunder haben den Anstoß und von links nach rechts stoßen die Gelben an. Und Werder Bremen wird also hier versuchen, an die guten Leistungen anzuknüpfen. Divock Origi bekommt den Ball gegen Mats Hummels. Divock Origi, der Abschluss, ja, geht doch gut los. Also, Werder Bremen mit dem ersten Annäherungsversuch. An den Kasten von Bürki, gucken wir mal. Ja, Origi, nicht schlecht. Visiert das lange Eck an, aber der Ball geht vorbei. Abschluss vom Kasten des Schweizers. Durm. Mit dem Kündigung an, wieder Eric Durm. Und hinten steht Mats Hummels, hilft ein bisschen aus. Bis, der Ball war nicht ganz ohne Risiko vom Nationalspieler. Der Einwurf, Januszay. Ja, also Werder Bremen drängt Dortmund hier doch deutlich in die eigene Hälfte. Die Borussen schaffen es da gerade nicht so großartig für Entlastung zu sorgen. Lukas Piszczek. Auch der Ball war nicht gut. Schahin muss da hin. Aber auch da ist Bremen zur Stelle. Das war den Suela, aber es gibt vorher schon den Freistoß für Werder. Der gepfiffen wird. Und die gelbe Karte für... Schahin gibt es direkt hinterher. Boah, ich denke mal, es brächtigt. Also... Geht da ohne Rücksicht auf Verluste rein. Jetzt also der Freistoß. Miralasch wird sich... Versuchen. Miralasch... Joah, ein bisschen zu hoch eingesetzt. Aber kein schlechter Versuch. Aus zentraler Position. Bürki war aber schon in der Ecke. Natürlich auch der Abstand zum Tor ziemlich groß gewesen. Bürki spielt die Abstöße bisher immer kurz. Ich weiß nicht, inwiefern das was zu sagen hat. Origi geht da auf Bürki drauf. Da ist Berkius. Der versucht das mal. Miralasch... Bürki zum ersten, aber nicht zum zweiten Berkius vor. Und Werder Bremen führt nicht... Abseits. Eieiei. Da haben die Dortmunder aber gerade mal... das ganze Glück zusammengekratzt, was sie hier finden konnten. Richtige Entscheidung. Pfostenschutz von Junuzovic. Der Ball dann von Berkius ist drin, aber es reicht. Nicht zum 1-0. Dortmund hat Glück. Eieiei. Also die wirken doch ein bisschen unsicher. Gerade solche Sachen zeigen das. Origi. Origi gerade so noch getackelt von Gündogan. Galvez. Macht da ganz stark. Valenzuela. Valenzuela. Da kommt Origi. Und da ist das 1-0. Und das haben die Bremer erzwungen. Und deswegen geht das in Ordnung. 1-0 Werder. Bremen-Divok Origi. Der Neuzugang trifft nach 13 Minuten. Gucken wir mal. Galvez mit der Balleroberung. Da ist Valenzuela. Hat Platz. Dann kommt Hummels. Angeflogen. Und dann ist Origi, der da am schnellsten schaltet. nimmt Hummels den Ball ab. Und Werder Bremen führt mit 1-0. Das hat man sich erkämpft. Also Valenzuela gefoult. Er legt sich auch nicht auf den Ball oder so. Origi ist einfach schneller als Hummels. Dann der Abschluss und das Tor. 1-0 Werder. Also so lässt sich das sehen. Guter Start für die Norddeutschen. Die sich also hier dieses Tor krallen können. Miralasch mit dem Ball auf Origi. Origi aber noch gerade rechtzeitig attackiert. Und Bremen ist on fire. Die wittern hier die Chance. Dortmund wackelt. Dortmund wackelt. Origi. 2-0. Eiskalte Bremer. Sorgen hier für die Dortmunder. Dusche. Aber für eine ganz kalte. 2-0. Ein ganz starkes Tackling von Felix Groß. Gegen Gündogan. Bringt den Ballgewinn. Und dann ist Groß in der Lage Origi zu sehen. Kein Abseits. Die Dortmunder spielen auf Abseits. Aber diese Falle misslingt Origi. Bekommt den Ball. Und schließt ganz cool ab. Gegen Bürki. 2-0. Also. So lässt. Werder. Dortmund. Natürlich hier keine Chance. Eiskalt. Verwandeln sie ihre Chancen. Dortmund kommt hier zu keiner richtigen Entlastungsaktion. Weil Werder hier drauf geht. Als ginge es ums nackte Überleben. Und jetzt kriegen sie auch diesen Einwurf noch. Also bei Dortmund läuft gerade gar nichts. Und die sind jetzt hier bemüht. Die Mann von Thomas Tuchel müssen erstmal wieder irgendeine Art von Zugriff finden. Aber wie machen sie das? Da wird der Trainer natürlich in der Halbzeit zwingend irgendwie die richtigen Worte finden müssen. Ramos versucht den Ball da einmal zu spielen. Zweimal zu spielen. Und zweimal ist jeweils ein Bremer zur Stelle. Also was Werder-Bremier macht das hart. Hart und Fuß. Da haben sie sich einen richtigen Plan gemacht. Wie sie Dortmund hier heute schlagen können. Und das geht bisher super auf. Origi. Valenzuela. Und da wird das mal an Origi gepfiffen. Sahin. Na. Hat der nicht schon gelb? Hat der nicht schon gelb? Es gibt den Platzverweis. Sahin wird vom Feld geschickt. Rote Karte gegen Sahin. Beziehungsweise die zweite gelbe nach diesem Vorhang Origi. Eine ganz harte Entscheidung, wie ich finde. Da hätte der Schiri vielleicht doch nochmal eine Ermahnung. An den Spieler weitergeben können. So gibt es direkt den Platzverweis. Das ist krass. Dortmund jetzt in Unterzahl und mit 2-0 Rückstand. Verkehrt die Flanke. Berkjus kommt nicht zum Kopfball. Das spielt den Bremern natürlich in die Karten. Sahin. Der Denker im zentralen Mittelfeld. Muss vom Platz. Und es gibt Abstoß. Wie reagiert Dortmund auf dieses Dilemma? Also da geht ja gar nichts heute. Die sind absolut vom Pech verfolgt. Miralasch. Origi. Origi wieder mit Miralasch. Aber Hummels. Passt auf. Und die Bremer haben Spaß. Kagawa. Entlastungsaktion der Dortmunder. Shinji Kagawa. Shinji Kagawa. Ramos. Und dann ganz starkes Tackling von Jannik Westergaard. Reus. Situation ist noch nicht durch. Jetzt ist auch Wiedwald da. Was Werder Bremen hier macht. Wie man sich aufopferungsvoll diese 2-Tore-Führung verdient und erarbeitet. Ich glaube, das ist heute absolut bemerkenswert. Diese Bremer wissen, worum es geht. Und kämpfen dafür mit allem, was sie haben. Ramos. Kriegt er den noch? Ne, ist zu weit. Wow. Also die erste Halbzeit neigt sich jetzt allmählich dem Ende. Der Ball auf Reus. Der ist nicht schlecht. Reus, aber Wiedwald ist da. Kopfball war nicht gefährlich genug. Origi. Origi sieht Slatko Junusovic. Kommt der an den Ball? Junusovic. Ne, schade. Durm ist auch noch da. Und kann da gerade noch so dazwischen spurten. Ramos. Und dann ein super Tackling wieder von Westergaard. der ist antizipiert. Gündogan jetzt. Gündogan. Foul. Gibt den Vorteil. Aus dem wird nichts. Und Werder Bremen bekommt die Chance zum Konter. Ne, Halbzeit. Also, Werder Bremen führt mit 2 zu 0 gegen Borussia Dortmund. Nach turbulenten 45 Minuten, Gündogan, wenn wir mal gucken. 7 zu 1 Torschüsse. Das spricht eine deutliche Sprache. Und dann natürlich noch Dortmund in Unterzahl. Das spielt Werder alles in die Karten. Also, schauen wir mal, ob Werder in den zweiten 45 Minuten in der Lage ist, dieses 2 zu 0 auszubauen beziehungsweise in 3 Punkte umzumünzen. Schauen wir mal. Berkjus bekommt den Ball. Der ist maßgeschneidert. Berkjus. Ah, den will er in den Rückraum spielen. Das gelingt ihm aber nicht. Birki. Ja, keine Experimente unter diesen Umständen. Kagawa. Das macht er gut. Reus. Der Ball auf Güntho Gahn und der zumindest mal mit der ersten richtig, richtig guten Torchance für die Dortmunder. Aber da fehlt ihm dann die Genauigkeit. Westergaard versucht noch alles, um ihm da sämtliche Genauigkeit beim Abschluss zu nehmen. Das gelingt ihm auch. Also, Yannick Westergaard, der auch ein super Spiel macht und auch dazu beiträgt, dass Werder Bremen hier mit 2 zu 0 führt. Auch das kein Foul von Felix Groß. Origi mit Junusowitsch. Junusowitsch wieder mit Origi! Birki ist da! Ui! Es geht weiter wie in Halbzeit 1. Dortmund kriegt das Scheuntor nicht zu. Also, da brennt es lichterloh. Die wissen gar nicht, wo rechts und links ist. Müssen sich hier erst mal komplett neu orientieren. Jetzt vielleicht mal wieder die Chance einer Entlastung. Ramos, Kagawa-Tor! Anschlusstreffer für Dortmund! Schaffen sie hier tatsächlich noch mal für Aufsehen zu sorgen? In Unterzeit, der Anschlusstreffer gegen Werder, die ja das allererste Mal in dieser Partie nicht gut aussehen. Und das wird bestraft. Mass genauer Schuss von Kagawa. Wiedwald hat keine Chance. Also, das gibt dieser Partie doch noch mal dieses gewisse Etwas. Die Dortmunder in Unterzahl, aber mit dem Anschlusstreffer mit ganz viel Herz und einer anderen Mentalität als in Halbzeit 1 kann das noch was werden für Dortmund. Aber dann darf Werder nicht noch ein Tor machen! Julusowitsch! Aber Bürki ist da. Dortmund ist gefordert. Werder allerdings auch. Ja, das war ein Foul von Referee und da gibt es auch die gelbe Karte für Berkjus und es ist Valenzuela. Valenzuela war es. Der sich jetzt gelb abholt. Also, Dortmund darf hinten nichts mehr zulassen und muss vorne jetzt komplett anders agieren als jetzt im ersten Durchgang. Origi. Berkjus. Miralasch. Die Bock Origi. Gut verteidigt von Hummels. Miralasch. Draußen ist Junusowitsch. Versucht den Ball da noch irgendwie in die Mitte zu kriegen. Da war viel Platz. Westergaard, kompromisslos. Der Ball auf Berkjus. Oh, der kriegt nur noch eine Fußspitze dran. Gute Chance jetzt wieder für Werder. Das 3-1 würde Sicherheit geben. Valenzuela hat schon gelb und das könnte Diskussionen auslösen. Der Entscheid flog für ein vergleichbares Foul vorhin vom Platz. Das könnte Diskussionen auslösen. Kagawa erst mal. Kagawa! Die Chance zum 2-2. Dortmund nutzt sie nicht. Dortmund nutzt diese Chance nicht. Kagawa macht das ganz stark gegen zwei Bremer, die da nicht faulen wollen, aber dann noch Feinmeister frei durch und ich weiß nicht, ob Wiedwald den gekriegt hätte. Ganz starke Aktion von Kagawa, aber es reicht nicht zum Ausgleich. Durm. Ramos. Wieder Kagawa. Und da ist Wiedwald. Da musste er auch sein. Ganz außen. Ganz viel Platz für Miralasch. Der sieht in der Mitte Divock Origi und dann muss Ginter auf Nummer sicher gehen. Ein Wurfwerder. 3-1 wäre jetzt wichtig. Origi ganz stark gemacht. Schön dazwischen gespürtet. Westergaard holt sich den Kopfball. Junusowitsch. Da ist Miralasch. Da ist Miralasch. 3-1 Werder. Und das ist eine Qualität in dieser Situation jetzt auch zu treffen. Kevin Miralasch mit dem 3-1 und das ist so wichtig. Westergaard gewinnt das Kopfball-Duell. Damit geht's los. Dann hat Junusowitsch viel Platz. Miralasch, der winkt da schon. Aber jetzt auch Hummels. Der sieht, dass Origi da frei ist und dann ist er hin und her gerissen und Miralasch mit einem eiskalten Abschluss. Ginter versucht dann noch alles. Hier hat jetzt Origi ganz viel Platz. Das sieht Hummels. Deswegen orientiert er sich auch in die Mitte und Miralasch nutzt diesen Platz und wartet ganz lang, bis Birkin einen Move macht. Wenn er sich in irgendeiner Ecke bewegt und so führt Werder jetzt mit 3-1. Origi mit Berkius. Berkius, der da beißt und kämpft und alles versucht. Trotz dieses Spielstandes. Gündogan. Immer noch Gündogan. Draußen Erik Durm. Also es ist ein Spiel zweier Mannschaften, die hier alles geben. Der Abschluss misslingt Gündogan mit langer Ball nach vorne. 81. Minute läuft. Nehmen die Werder Rahner hier drei Punkte aus Dortmund mit. Es wären drei ganz wichtige Punkte. Und es lag nicht unbedingt daran, dass Dortmund heute so schlecht gespielt hat. Werder Bremen ist stellenweise einfach über sich hinaus gewachsen und hat eine ganz starke Partie abgeliefert. Miralasch. Hat Hummels Glück, dass er das gepfiffen bekommt. Castro kommt jetzt für Gündogan. Miralasch versucht er alles. Ramos nochmal. Adrian Ramos. Er ball in die Mitte, aber die Bremer klären das sehr gut. Der Ball drüben auf Divock Origi. Nicht im Abseits. Origi doch im Abseits. Gucken wir. Ja, okay, das war eindeutig. Das war eindeutig. So, vier Minuten gibt es aber drauf. Dreieinhalb Minuten für die Dortmunder hier zwei Tore zu machen. Man könnte meinen, das ist zu wenig. So, nochmal ein Nur für Schwarz-Gelb und Werder muss jetzt hier nicht mehr viel überstehen, dann haben sie es geschafft. Westergaard, auch da ist er zur Stelle, eine Minute noch. Der SV Werder Bremen holt sich mit einer unfassbar couragierten Leistung. Drei Punkte aus Dortmund und die sind einfach mal sowas von verdient. die sind sowas von verdient. Also das war's. Borussia Dortmund, Werder Bremen trennt sich mit einem 1 zu 3 voneinander. Bremen nimmt drei Punkte mit. Hochverdient. Hochverdient. Origine Mann des Spiels. Also es bleibt dabei, die Bremer Offensive funktioniert super in der Defensive, sieht's auch richtig gut aus. Das hier sind die anderen Spielstände. So sieht also jetzt die Tabelle aus. Werder Bremen übernimmt die Tabellenführung vor Bayer Leverkusen und den Bayern. dann das ist doch mal eine coole Tabelle. Die mag ich. Also Werder Bremen mit dem zweiten Sieg in drei Spielen. Das passt. Das passt. Wir gucken mal. Wie sieht's denn hier also aus? Es geht viel über die Mitte. Aber jetzt wollen wir noch mal gucken. Also Dribbling Origi, Schuss Origi, Pass Groß und Origi. Also im Mittelfeld funktioniert's mit Groß und Junuzovic als Passmaschinen. Dann haben wir Valenzuela der ja auch das hier Ranking anführt bei den erhaltenen Pässen und Westergaard und Galvez machen das ganz stark auch groß arbeitet mit zurück. Jetzt kommt noch ja die Schließung des Transfer Fensters also da werden da nicht mehr aktiv werden. Gucken wir mal Oh als nächstes kommt die Europa League ach du großer Gott warum denn das äh Verletzung was Galvez vier Wochen warum warum Santiago Garcia wird nicht wechseln hä warum die Verletzung wo ist er wo ist er denn Galvez äh alles klar das ist natürlich jetzt blöd das ist natürlich jetzt richtig blöd Galvez Galvez hat hat sich im training eine Muskel zerrung zugezogen die Ärzte sagen er wird vier Wochen brauchen okay das heißt wir müssen mal eben an der Aufstellung was ändern da werden wir ja hier steht jetzt gerade Hilton aber wir könnten wir noch spielen lassen Hilton oder Leukemia wir lassen Hilton mal spielen also ein Mann aus der eigenen Jugend der dafür Alejandro Galvez reinkommt okay also als nächstes Europa League gegen Olympique Lyonna lasst uns doch mal schauen wer ist denn bei uns in der Gruppe also gucken wir mal Gruppe F Bremen ist in einer Gruppe mit äh Nitzaloskis Belenenses äh und Olympique Lyonna okay gucken wir mal was sind die anderen Gruppen Genua Malaga Partinaikos Zagreb Schalke Lille Wilhelm und Ferreira Utrecht Braga Monaco Wolfsburg also wir gehen mal hier ein bisschen die anderen Gruppen noch durch auch Köln spielt Europa League Köln Wolfsburg und Werder sind also die Vertreter auf der internationalen Bühne und der HSV hat es auch geschafft ja komm wieder HSV gegen Bremen im Halbfinale wie 2008 bitte so also das ist äh komm gucken wir auch noch mal schnell in die Champions League gucken wir mal was dort so ist Liverpool Juve Sevilla Montpellier also die Crème de la Crème des Fußballs ich bin gespannt was haben die Bayern denn für eine Gruppe mit Barcelona Bayern Barca Galatasaray und Basel nicht schlecht ok hätten wir das auch mit angeguckt also die Europa League wartet auf uns und ja da bin ich mal gespannt wie sich die Bremer da schlagen werden in dem Sinne bedanke ich mich recht herzlich für das Zusehen wir hören uns das nächste Mal bei ProBelufs und Zocker 2016 im Sinne bis dahin macht's gut auf Wiedersehen Tschüss